sie ist da sehr schön elbradweg schadau gesperrt jetzt regnet es richtig ja total nass die leute wir sind wieder unterwegs heute wieder fahrrad video ihr seht schon im hintergrund das wetter ist nicht so bombe ja ich hoffe ihr seht mich überhaupt ja wir haben es jetzt vormittags also das ist morgens um also ich bin so drei viertel neun los um acht gegen die sonne auf und will heute meine 100 kilometer schaffen ich weiß im letzten video habe ich gesagt dass ich noch ein bisschen vorbereitung machen wollte 70 80 kilometer strecke fahren wollte aber die zeit die mail davon ihr seht es jetzt schon am wetter wir haben jetzt ende oktober ja kurz vorm 31 also wir haben jetzt das wochenende den sonn am sonntag montag ist habe ich frei und dienstag ist der 31 also ich hatte jetzt diese vier tage als zeitfenster für diese fahrt habe mir gleich für den samstag entschieden den ersten tag weil wenig wetter ja heute ist noch humaner wind also ziemlich wenig ihr wisst wind ist immer der feind des fahrradfahrers sage ich ja heute wie gesagt sehr wenig wind und es soll erst späten nachmittag regnen gestern hat den ganzen tag geregnet dann ist alles auch nass hier und ja wie gesagt heute soll es eigentlich trocken bleiben hoffen wir mal dass es so ist erst späten nachmittag wieder regnen und ab morgen soll es auch richtig windig werden teilweise sturmböen und die ziehen sich halt so bis dienstag hin wetter soll aber auch schlechter werden wieder mehr regen also ist eigentlich nur heute dieser tag wo ich das hier machen kann ja wir fahren heute den elbrad weg nach magdeburg roten see sozusagen das industriegebiet da fahren wir rein an der elbe haben eine fährüberquerung mit dabei also richtig schön wie gesagt wetter wird halt den ganzen tag gewölkt sein also da wird sich so schöne bilder gehen obwohl ich jetzt eine drohne endlich habe dann gleich mal ausprobieren ja das ist so was ich vor habe heute wir haben so temperatur mäßig jetzt gerade 9 grad es wird heute auch nicht viel mehr so ich denke mal so als höchste temperatur werden 12 grad also da wird nicht viel passieren bin denke ich mal gut angezogen habe mir extra diesen windbreaker regenjacke kombi hier mit naja dass man atmungsaktiv und so weiter geholt fürs fahrradfahren ja das einzelne winter mit sicher noch wissen ob man sie sieht unterm helm damit der kopf nicht friert ja alles dabei wir machen nachher mal bei der rast zeige ich mal was ich alles so dabei habe habe jetzt eine neue tasche und so weiter schauen wir uns nachher alles an ja ich würde sagen dieser zu knapp 100 kilometer magdeburg wieder zurück zurück weiß ich noch nicht da gibt es eine will ich gerne eine andere strecke fahren aber dazu später kommen wir später mehr zeigen uns erstmal ein bisschen so leute die ersten zehn kilometer sind geschafft läuft ganz gut also ich bin jetzt so durchschnittsgeschwindigkeit 21 km also ganz locker und easy strecke war jetzt ganz gut bis auf gute stücke ja ich denke mal dieser hat dafür jetzt knapp 25 minuten gebraucht mit pausen haben durchschnitt halbe stunde mit zehn kilometer ja werden circa fünf stunden für die strecke weiß ja nicht wie es noch wird also ich habe jetzt aber so geplant eigentlich ich glaube nicht wie gesagt mit pausen und alles drum und dran dass ich so eigentlich hatte ich so sechseinhalb bis sieben halb stunden so ding mal scheint realistisch zu sein wenn ich schaffe ich muss doch ganz ehrlich sagen ich habe auch ein bisschen angst ja ich weiß ich habe jetzt die woche nicht viel sport gemacht ich fast gar nicht nicht dazu gekommen fahrt fahren auch vor einer woche das letzte mal mal gucken wetter sieht eigentlich ganz gut aus ich hoffe das hält ja so ist der plan so ist der plan ist einsatz ich merke ist dass meine schuhe glaube ich nicht die perfektesten hierfür sind weil ich habe kalte zehe das ist nicht schön ich mag ich hasse kalte füße ich muss denken da muss ich mir noch was überlegen wenn jeder tipps habt vielleicht andere schuhe also wieder ich habe ja diese mtb klick dinger hier die mountainbikes ja das ist die schuhe die unilig aber die sind ich habe kalte zählen ist das nicht schön da muss noch irgendwas anders lesen überzieher drüber oder sowas naja mal gucken wir fahren erst mal weiter so langsam geht der nebel weg ihr seht es im hintergrund da ist die sonne irgendwo dahinter mal gucken ob es heute noch ein bisschen vorkommt die radwege hier sind ganz gut ja so sehen könnt ist das hier eigentlich ganz okay bisschen holprig aber ja besser als auf der straße zu fahren so leute muss man aufpassen hier werden fahrräder aufgehangen und haben kühe stiefeln naja so sieht es aus ja wir sind wieder unterwegs kurz angehalten was wir trunken brotchen noch in die schon mal mit die normatte kurze padronen aufnahme macht ja so alles super vom wetter her wir haben wirklich komplett windstil gerade hier auch schöner weg mitten durch den wald ja einfach ehrlich wirklich der beste ist hier durch die wurzeln halt aber trotzdem sehr schön fühle mich gut mit knapp über eine stunde in jange über 20 kilometer geschafft mein gott schlimm ist hier mit diesen wie soll ich sagen hier glaubt und so weiter das verdammt glatt ist ja jetzt kommt nämlich auch eine kurve da muss man wirklich aufpassen dass man hier nicht weg rutscht ja vorhin war so ein bisschen schlamm auf dem weg von der trecker da hat es mich beinahe hier aufs maul gepackt ja da muss man ein bisschen aufpassen bei dem wetter ja sonst dieser füße einfach noch kalt eben beim anhalten richtig schlimm das ist das einzige was mich jetzt schon wirklich stört sonst ist alles top ich bewege immer so ein bisschen meine zehe beim fahren jetzt hier so das hilft aber ist trotzdem nicht schön da muss ich da muss noch irgendeine lösung her da muss könnt ihr sehen leute die sonne sie ist da sehr schön so muss das sein sehr schön ich freue mich jetzt macht eigentlich noch mal noch ein bisschen mehr spaß schön aber mir ist aufgefallen dass ich mich ein bisschen beeilen muss denn wir haben eine fährüberfahrt und die macht um zwölf mittag um 11.45 ist die letzte überfahrt ich weiß nicht von welcher seite ja wir haben es jetzt 10.27 also sollte ich in einer stunde da sein ich hoffe das schaffe ich also wird jetzt hier ein bisschen gas gegeben weil ich will jetzt nicht von 12 bis 12.30 warten und falls es doch so sein sollte dann gibt es eine andere route die ich noch fahren kann die ist aber wieder ein bisschen länger aber dann muss ich halt eine halbe stunde warten na ja wir gucken mal wir drücken mal die daumen so ich habe gerade mal geguckt auf ein navi ich navigiere übrigens mit komod hatte mal wieder die strecke da raus gesucht so sind jetzt hier auf dem deich und die fähre ist jetzt hier sind nicht mehr ich habe gerade mal drauf ein paar kilometer also ich denke mal so innerhalb von 20 30 minuten bin ich da also so kurz nach 11 das sieht ganz gut aus sollten wir schaffen ja so wir sind da aber sie ist gerade auf der anderen seite da drüben ja Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.